Heute geht's weiter mit der Solo zur Unreal Challenge. Beim letzten Mal haben wir den Platin-Rang erreicht und heute das nächste Ziel, Diamond zu kommen. Und bevor das Video startet, vergesst natürlich nicht, den Creator-Code Kato im Itemshop einzutragen. Vielen Dank an alle, die das machen. Kuss, geht raus. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in die erste Runde. So, wir sind in der ersten Runde. Wir landen natürlich in Snotty, versuchen uns die Müffig-Pam von Peter zu holen. So, es kommen sogar ein paar Leute mit. Okay, natürlich nicht so geil. So, Peter kommt schon, was gar nicht so geil ist. Ah, da haben wir zum Beispiel den ersten. Dem geht's aber gar nicht gut. Ich hab ihn gesehen und er twittet den Bot. Tun wir so, als ob er uns nicht hören kann. Beziehungsweise. Stark, wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt versuchen wir uns Peter zu holen. Ey, ich sag es immer wieder, es ist so schwer, die Bots zu holen, ne? Weil es einfach so viele sind und die so stark sind. Dankeschön. Danke für den Loot, mein Bester. Der schmeckt natürlich. Dieses andere, köstliche, schmächtliche. Wo finden wir den nächsten Gegner? Wir nehmen auf jeden Fall hier den Airdrop mit. Für das neue Item. Ach stimmt, wir kriegen hier noch Pizza. Können wir auch mitnehmen. Wir versuchen irgendwie mal den Bot zu holen. Mit der Scar. Wir hören schon, da wird gefightet. Hat er schon sogar schon geholt worden, okay. Mal schauen, was wir da noch so machen können. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Mets farmen. Nicht, dass wir deswegen irgendwie verlieren oder so. Das wäre gar nicht nice. Ich denke mal, er wird im Tresor kämpfen, wie jedes Mal. Wo bist du, mein Lieber? Braucht die Scar einmal bitte. Können wir ihn? Ich höre ihn. Ich glaube, das ist er. Ich frage jetzt, wie komme ich zu ihm? Ich glaube, es sind sogar zwei. Oh mein Gott. Man kann ihn nicht bauen. Oh mein Gott. Was macht er? Ich muss erstmal alles nachladen. Aber wir leben noch, das ist wichtig. Blitzspiel. Sehr, sehr eklig hier. What? Also wir sehen schon, wir sind langsam auf dem höheren Ranks. Also bei Gold war sowas noch nicht. Oh, Crack, okay. Hinter dir, Bro. Der hat ja gar nichts gerafft. Stark, richtig. Wir haben alle. Der hat ja gar nichts gerafft, dass der andere von hinten kam. Der ist ja richtig Banane gewesen. So, ich glaube, ich kann beides sogar essen. Der Loot, der schmeckt schon mal, kann ich euch sagen. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Der Grappler oder das Mythic Item? Ich glaube, der Grappler ist geiler, wenn man damit schneller rotieren kann. 4 Kills haben wir und der Loot, der schmeckt dieses andere. Also wenn man die Mythic Pump und die Mythic Scar hat, ist das einfach so ein geiles Gefühl. Man fühlt sich so mächtig. Jetzt gehen wir direkt zum nächsten. Der kommt sogar schon zu uns. Sehen wir gerade oben auf der Minimap. Okay. Der müsste gleich direkt irgendwo vor uns sein. Ich glaube, wir fahren mal mit dem Auto. Ich habe irgendwie Angst, dass er mich Headshots nimmt. Hallo, wo sind sie? Aha. What? Okay. Okay. Was passiert jetzt hier? Taktisches Team oder was? Okay. Der wurde erstmal eingeschult. Was macht der? Hä? Oder? Also GG, Bro. Das war wirklich ein GG, mein Bester. Also du bist der losteste Gegner, den ich je gesehen habe, gefühlt. Was hat der denn gemacht? Einfach nicht hinterfragen. Wir zocken weiter. Drei Coins haben wir. Reckless ist der nächste. Da gehen wir hin. Okay, der hat nicht so Bock auf Fighten. Der hat eher Bock auf Campen. Spannende Musik erstmal hier. Danke, Fortnite. 100. Dead. Stark. So, aber hier war auf jeden Fall noch einer. Kollege. Wo bist du? Ich glaube, ich habe den Steppen gehört. Und die Musik, was ist denn das? Okay, ich habe irgendwie Angst, dass er mich mit einer Autopump abcampt. Wir gehen lieber nicht rein. Und lieber sagen, wir gehen sogar auf den Gegner in Reckless. Die 20 Bomben ist schon mal nicht mehr möglich. Aber wir sehen die Gegner schon mal vor uns fighten. Die Frage ist, tötet er gerade den Bot oder was macht der? Ich glaube, irgendwie der tötet den Bot. Und das ist der Lavish Coin. Ja. Mal schauen, ob er es rafft. Jetzt müsste der auch zwei Coins haben. Der müsste auch richtig guten Loot haben. Der ist jetzt weggefahren oder wie? Nein, warte mal. Hier ist ein Gegner. Okay. Auch immer das jetzt war. Den haben wir auf jeden Fall. Warte mal, jetzt sind hier zwei Coins. Hat er die Coins liegen gelassen, damit ich ihn nicht pushe? Oder er ist gestorben am Bot? Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Bot ihr am schwierigsten findet zu töten. Oh mein Gott, war das schlecht das AIM. Weil ich glaube irgendwie, hier der Bot ist der schwierigste zum Töten, weil es einfach so viele von denen gibt. Guck mal, wie viele da kommen. Junge. Was passiert hier? Also das Wichtige ist, wir leben. Das ist schon mal das Wichtige. Und wir haben alle Medaillen. Das ist auch sehr, sehr nice. Okay, wir hören einen Step. Der ist unter uns. Dann baut der nicht. Geht's dir gut? Hallo? Guten Tag. Hat der aufgegeben? Oder ist er einfach wirklich schlecht? Hallo? Okay. Slug, ja. Hört sich irgendwie an wie eine Beleidigung. Ich hoffe, er hat mich nicht beleidigt. Neun Gegner haben wir noch. Mal schauen, wo die sich aufhalten. Das Problem ist, wenn man alle Medaillen hat, man weiß nicht, wo die Gegner sind. Was sind das jetzt? Darf ich erstmal suchen, wo die alle sind. Sich campen, vercampen. Ja, da vorne fährt doch schon eine. Zwei sogar. Nein, ich will die Kills. Bitte. Ein Appel. Ja. Kann das sein, dass jeder random mittlerweile Platin ist? Weil der war ja wirklich sehr, sehr schlecht, der Gegner. Okay, er kann schon mal bauen zumindest. Mischi. Mischi. Ah. Super Klops. War doch nicht so super. Aber stimmt, wir haben noch gar keine Sniper gehabt, die Runde. Wir haben auch schon gehört, irgendjemand ist auf der Island und der kommt zu mir mitgelogen. Ich muss hat ja eine Sniper, muss ja aufpassen. Ja, irgendwie piekt er nicht. Guten Tag, der Herr. Ich bin hier unten. Ich bin hier oben. Kach, Bileim. Hallo? Also, ich glaube, Platin ist das neue Bronze, Freunde. Ich sag euch so, wie es ist. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich würde sogar wetten, Bronze Gegner sind besser als Platin-Spieler. Die spielen ja irgendwie alle ohne Headset oder so. Da haben wir den nächsten. Ein Camper. Ey, du Camper. Komm raus da. Oh. Okay, Aim hat er schon mal. Aim hat er schon mal, der Mann. Ja. Oh. Nehmen wir mit. Hallo? Kannst du bitte nicht wegrennen? Bitte. Ey, nein. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Dass der jetzt wegkommt. Aber wo ist er gelandet? Er fliegt noch. Aha. Der wird erstmal verfolgt. Ja. Du kommst nicht weg. Ja. Ja. Was machst du jetzt, hä? Nein, sag mir nicht, du campst jetzt im Haus. Das kannst du jetzt nicht bringen. Direkt hinter dir. Oh, sein Bot ist tippet. Macht er. Ich schwöre. Unberechenbar, diese Spieler. Was machst du? Einmal versucht, mich anzugreifen oder so. Weil ich glaube irgendwie nicht. So, jetzt die letzten zwei Leute zu finden, wird schwierig. Wir haben noch sogar gute Kills geholt. Fast jeden am Ende geholt. Wo seid ihr? Gegner. Oh. Ich habe einen Schuss gehört. Da kommt er doch. Oder sind ja beide. Fischi wieder. Okay. Den haben wir uns schon mal geholt. Und jetzt wollen wir one. Oh. Ich glaube, er wollte teamen. Aber damit haben wir direkt den ersten Win. Auf Platin. Mal schauen, wie viel Prozent wir plus machen. Dann glaube ich 15 Eliminierungen. Wir gucken rein. Okay. Platin 2 ist schon mal drin. Platin 2. 82 Prozent plus. Stimmt. Es gab ja auch das Update. Jetzt sieht man auch nochmal, wen man geholt hat und so. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Damit wir endlich Dia erreichen. So, da sind wir schon in der zweiten Runde. Und ich würde sagen, wir landen direkt hier in Lavish Hotjob. Und probieren die ein oder anderen Early Kills mitzunehmen. Aber auch, natürlich auch den Bot zu holen. Und damit die OP Autopump. Wenn ihr bis hierhin das Video geschaut habt, schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Pump ihr besser findet. Ist es die normale Hammerpump oder ist es die Autopump, die sehr, sehr, sehr beliebt ist. Am Anfang der Season gar nicht so beliebt war. Aber umso länger die Season ging, umso mehr Leute haben damit gespielt. Und ich bin absoluter Hater davon. Weil die einfach so stark ist. Schaut nicht gut aus, der Anfang. Kann sogar sein, dass wir jetzt ein paar Dia-Leute hier in den Runden haben. Okay, erster Kill. Richtig. Und der war schon mal nicht Dia. Was ist denn das? Was denkt er denn, wer er ist? Erstmal eine Runde No-Bild oder wie? Mit dem Einsatzschild. Also die Platin-Gegner, die überraschen mich immer wieder. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir hauen immer Sachen raus. Ja, die sind besonders. Oh, okay. Die sind die nächsten Gegner, die wir haben. Richtig. Wie Geisteskranker springt der in mich rein. Da versuchen wir mal den Bot zu holen. Ihr kennt das Problem. Wenn man den Bot holt, der Clean-Up. Und da haben wir schon den Clean-Up. Aber zum Glück hat er gar nichts gekauft. Sieht gut aus. Der Anfang sieht schon mal gut aus. Mal gucken, ob wir auch den Tresor bekommen. Hier Off-Spawn-Kills, das schmeckt natürlich auch köstlich-schmächtlich. Oh, das könnte ein Gegner sein. Es sind noch so viele Steps irgendwie. Wir gehen mal nach vorne und öffnen mal die Pizza. Ja. Ja, wichtig. Ich wusste einfach, dass da noch einer kommen wird. Ich wusste es irgendwie. Dann war es das anscheinend lavisch. Und mit fünf Kills kann man zufrieden sein, würde ich sagen. Wir hören schon direkt die Nächsten. Da vorne fighten. Da gehen wir rein, Chat. Ich glaube, der ist in der Box. Aber die wissen noch nicht, dass ich da bin. Ah, nee. Okay, okay, okay. Der ist schon weiter. Okay, wir haben eine Prime-Banane. Die haben wir schon mal weggemacht. Das ist ein Camper. Frage ist nur wo. Wo kämpfst du? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Okay, hinter uns noch einer. Der hat einen Sniper. Den sollten wir noch nicht picken. Ah, hier sitzt doch noch einer. Ich weiß nur nicht wo. Er macht aber auch keinen Step. Ihhh. Ich hoffe, zu campen. Der ist weg. Ich raff es nicht. Er ist unsichtbar geworden. Okay, okay. Dann darfst du überleben, sage ich dir ehrlich. Wenn du unsichtbar werden kannst, dann darfst du auch überleben. Ich würde sagen, die Jagd geht weiter nach den Münzen. Aber irgendwie leben noch voll viele Münzen. Geh mal auf den Zug drauf. Oh, da haben wir einen. Oh mein Gott. Was machst du? Nur der Bot wollte fighten. Okay, das könnte sogar die 20-Bomb werden, sehe ich gerade. Den verfolgen wir. Er hatte gar keine Sniper vorhin, glaube ich. Das war eine AR mit Vierfach-Visier drauf. Hat mich einfach getrollt. Ja. Oh, Hoverboard kommt auch direkt. Also hier ist gerade Action nach Action. Sag ich euch so, wie es ist. Find ich aber sehr, sehr geil. Nein, Fischi, bitte. Wo ist einer P? Ey, was hat... Also... Solche, ey, Platin-Spieler sind die neuen Gold-Bronze-Spieler. Ich sage es euch so, wie es ist. Und direkt die nächste Action. Direkt den nächsten Fight hier. Den Hammer. Oh mein Gott. Wir sind hier so gut am Franken gerade. Zwölf Kills schon, hä? Muss gar nicht, dass es geht, so viele Kills zu machen. Okay, wir sind aber auch sehr, sehr lucky gerade, dass hier so viele Gegner rumrennen. So, ich würde sagen, Full-HP und weiter geht die Jagd. Da war auf jeden Fall gerade auch noch Schüsse. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich die Pita-Pump hier plus die Ska. Da darf ich nur nicht gesnipet werden. Okay, der hat Rock. Peace. Und das ist der Kill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch ein, so, noch einer. Okay, jetzt geht es hier wieder ab. Wieder Action pur. Ihr seht schon, wie man mit der BAM spielen muss. Einfach reinrennen. Oh, okay. Roblox Gamer 2012. Wieder die 10-Jährigen ges... Wichtig. Ich glaube, wir bleiben mal die Runde auf der Lavish-Pump. Das ist die Lavish-Runde. Machen wir uns direkt Full-HP. Und wir hören schon das Auto, was wieder kommt. Ich muss nachladen. Es dauert immer alles so ewig zum Nachzuladen. Hallo, kannst du bitte aussteigen? Bitte. Danke. Das ist ein AP. Bitte lass los. Danke. Starker Kill. Es gibt viele Deutsche, die man auch immer holt, glaube ich. 16 Kills. Köstlich, schmächtlich. So, und den nächsten. Hier noch zwei Coins fehlen. Dann würde ich direkt dran pushen wie den. Den Mann mit den Coins. Der Sniper ist so beliebt bei den Leuten. Okay, der ist wichtig. Jetzt können wir den anderen pushen. Das ist gut. Okay, warte mal. Hier kommt noch einer. Jetzt sind wir hier zu viert. Ich will jeden Kill haben. Den ersten haben wir. Zweiten haben wir. Der Nächste, der in meine Box fahren möchte. Hallo, geht's euch gut? Okay, er hat einen Scanner-Bot. Das ist gar nicht gut. Aber er war irgendwie afkar. Oder brain afkar. Haben wir auch den Nächsten. Und wieder nachladen. Aber wir haben schon 19 Kills. Wo ist diese andere Pusher-Runde? Irgendwo hat hier gerade noch einer geschossen. Hundertprozentig. Die Frage ist nur, wo sitzt er? Da haben wir ihn doch. Hallo, du musst bauen. Er ist komplett lost, Freunde. Hambura, was machst du? Du musst doch bauen. Wir spielen Fortnite Battle Royale. Ein Zero-Build. Warte mal, ich habe noch nicht alle Münzen. Aber warum? Da lebt noch irgendwo eine Münze. Irgendwo muss noch einer leben. Da haben wir ihn doch. Da ganz hinten. Soll ich da jetzt hin? Ja, komm. Immer noch fünf Gegner, um die alle zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Und da weiß ich zumindest, dass da safe einer ist. So, wo kämpft der Mann? Der kann auch schon wieder nicht bauen. Der sweaty Teufel. Der war auch komplett überfordert. Da denkt sich so, was will der Mann von mir? Ich wollte deine Medaille. Und Kill Nummer 21. Also 25er-Bomb wäre schon schmackhaft. Sage ich so, wie es ist. Viertel der Lobby zu töten, wäre schon crazy. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, einer stirbt noch an Zone. Oder die holen sich irgendwie gegenseitig. Oh, warte mal. Peter. Warte mal. Peter? Peter. Jetzt tust du's. Nein, nicht mein Kill klauen. Wie lootgeil ist er denn? Nein. Er darf jetzt nicht wegkommen, Freunde. Er hat Grappler plus das andere Item. Ah, wir haben ihn alles gut. Und damit Kill Nummer 23. Oh, das wird so spannend. Schaffen wir die 25 Kills? Ich muss jetzt eigentlich hier raus. Aber ich muss erstmal alles nachladen. So, wo sind wieder die letzten beiden am Campen? Frage für Frage, die ich mich stelle. Die Runde war wirklich, glaube ich, ein Schmackhoff. Ey, vergesst auch nicht, Freunde. Den Kanal hier zu abonnieren und ein Like da zu lassen, um mich zu supporten für mehr YouTube-Videos. Ihr seht, momentan stecke ich sehr, sehr viel Zeit und liebe meine YouTube-Videos. Und es bockt einfach. Die Liebe von euch, die ich kriege, ist wirklich unbezahlbar. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Und jetzt holen wir uns damit den nächsten Gegner. Entschuldigen Sie? Hallo? Okay. Ja, das ist das Problem. Jetzt hast du keine Uses mehr, ne? Wie? Nein, das war der letzte. Keine 25er-Bomb. Okay, aber ich hoffe, wir machen jetzt zumindest gute Prozente. Jetzt brauche ich zumindest mit 24 Kill Win. Da will ich aber auch gute Prozente sehen. So, Ledergebnisse. Wir waren auf Platin 2. Platin 3 schon mal safe. Fünf und drei. 81% nur? Ich hätte gedacht, da geht mehr. Ich hätte gedacht, da geht mehr. So, Freunde, darauf kann ich nicht sitzen bleiben. Wir müssen Diamond erreichen. Wir gehen direkt in die nächste Runde. So, damit sind wir auch schon in Runde Nummer 3. Und jetzt muss es soweit sein. Wir müssen jetzt endlich Diamonds erreichen. Wir hatten so zwei krasse Runden, auch mit Wins und so vielen Kills. Es muss jetzt reichen. Wir landen in Reckless. Mal gucken, wie viele Gegner da mitkommen. Zwei Leute kommen mit nach Reckless. Drei. Hey, der Fisch hier hat aber einen guten Drop. Noch nicht bei dem Haus hier. Vielleicht würde ich bei dem anderen Haus landen. Das ist ja auch gut. Amp fehlt noch, aber sonst sieht der Loot eigentlich sehr, sehr gut aus. Vielleicht auch noch ein bisschen Blue Life wäre geil. Anfang ist immer wichtig, ein bisschen Loot zu haben. Weil ohne Loot fighten zu gehen, ist es dumm. Wir hören schon, die Gegner machen was. Okay, er wird gefightet. Aber er hat ihn. Ich glaube, über mir. Ja. Hey. Die Disrespect ist ein Dis. Der hat mich ja gar nicht ernst genommen. Er hielt einfach weiter sein Mad Kit. So. Und dann sind wir auch direkt bereit. Ja, ich glaube, ich hole mal den Bot einfach. Und wir gehen direkt weiter. Gar nicht lange aufhalten. Wir brauchen Kills. Wir brauchen Kills, Freunde. Obwohl, ich glaube, da sind jetzt Gegner. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, Freunde. Tötet die Bots. Oh, das ist ja fishy. East. Box. Dead. Oh, der hat sehr, sehr schmackhaften Loot für uns. Ich glaube, jetzt war es das hier. Jetzt können wir direkt weiter. Wir müssen mit dieser Runde unbedingt den Diamond Drink erreichen. So. Wo seid ihr, Gegner? Ich brauche euch. Ah, da vorne haben wir doch Drenixen. Sogar zwei. Eine Woodkissnipe. Vielleicht können wir den umrushen. Dead. Weinen jetzt nicht die cleansten Edits. Und ein kleiner Voice Crack mit dabei. Aber man nimmt, was man kriegt. Man nimmt, was man kriegt. So. Nächster Snipe. Den haben wir auch mit dabei. Richtig. Gleich holen wir uns auch noch den kurz. Ja. Machen wir jetzt ein bisschen Hoverboard Action Kills. Ja, ich halte hier oben. Weiter geht's. Warte mal, was ist denn du für einer? Ja, der wird auch mal kurz angesnipet. Der wird kurz gehedgehaft snipet. Dann wird der kurz mitgenommen. Ich fühle mich gerade wie so ein Cheater. Ich fühle mich gerade wirklich wie so ein Cheater. Wo ist der Mann auf dem Motorrad? Also die Leute, die mir gerade zugucken, die denken, ja, der cheatet doch. Acht Kills. Das schmeckt. Okay. LeBron. Erlernahme. Man kann sich ja so schnell mit dem Hoverboard bewegen. Das wusste ich ja gar nicht. Ah, hier ist er doch. Und. Oh mein Gott. Okay. Der Nosekopf hat geschmeckt, sage ich euch. Und hier unten waren auch gerade irgendwo Schlüssel. Vielleicht wird sogar noch die 20 möglich. Hätte ich gar nicht gedacht, dafür, dass der Start in Anführungsstrichen so scheiße war. Ich glaube, der andere ist auf dem Zug gewesen. Oh, schade, Mann. Gebt mir das Mythic Item, damit ich zumindest ein bisschen schneller unterwegs bin. Ich spiele auf jeden Fall schon mal ohne Headset. Oh, okay. Er schießt zumindest zurück, sagen wir so. Und wir gehen weiter. 700 Meter. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nach 700 Metern zu gehen. Und zu hoffen, dass da der Gegner gleich noch sein wird. Also in der Theorie werden noch 20 Kills drin. Praxis? Eher nicht. Werden sich gleich gegenseitig bestimmt holen. Ah, da ist er doch. Eben kann ich den Gegner nicht ernst nehmen. Hä? Okay, okay. Wir hinterfragen nicht. Wir spielen weiter. Wir spielen weiter. Okay, jetzt ist es auch vorbei mit der 20 Bomb. Einer ist geholt worden. No. Moin, Bro. Wer hat mich schon mal gehört? Was war das? Was war das? Ich glaube, der hat mich mit dem Dings angegriffen. Junge. Mach mal ruhig, Kollege. So, den verfolgen wir. Ja, der wegrennt. Er kann nicht mehr wegrennen danach. Nein, 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 nein. Kann jetzt nicht vorbei sein. Es war fast vorbei, Freunde. Richtig. Okay, es kracht ein bisschen. Oh. Der war schmack und fatz, der Snipe. Wichtig und richtig. So, die letzten beiden mal wieder. Wo sind sie, meine Freunde? Oh, die feiten. Bitte nicht. Ich will beide Kills. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Den 17-Kill-Winny würde ich mit Liebe annehmen. Aber wo? Flo? Nein. Bush-Camp-Dead in meiner Runde. Einfach Bush-Camp-Dead in meiner Runde. Aber ein aggressiver Bush-Camp-Dead. So, und wo ist der letzte? Ah. Also, wenn man ein Auto nicht markieren kann. Also, wenn kein Symbol kommt, dann sitzt da ein Gegner drin, Freunde. Okay. Ein AP. Okay. Okay, okay. Er ist hartnäckig. Aber nicht gut genug. Denn ich hole ihn. Wichtig. Und ich hoffe, es reicht. Bitte dir. Bitte dir. Bitte dir. Zeig mir, wie viel Prozent ich gemacht habe. Let's go. Hier ein Aufstieg. Direkt sogar mit 16%. Und damit, Freunde, würde ich sagen, war es das mit Solo-Ranked-Action. Beim nächsten Mal probieren wir auf jeden Fall den Elite-Rank zu erreichen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, vergesst nicht ein Abo, ein Like da zu lassen. Vergesst nicht zu kommentieren, welche eure Lieblings-Pump ist. Ist das die Hammer-Pump oder die Auto-Pump? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.